Wir sind vom Volksentscheid Fahrrad heute hier in der Leipziger Straße, weil wir darauf aufmerksam machen möchten, dass die Situation auf den Straßen in Berlin nicht sicher genug ist für die Kinder und die Älteren unter uns. Wir brauchen kindersichere Radwege, damit alle Kinder, Erwachsene und auch Senioren sicher in Berlin Rad fahren können. ...